was geht ab meine lieben freunde ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen folge beziehungsweise die neunte folge von gtr san andreas remastered let's play let's go meine freunde genau wir befinden uns hier in einem neuen schönen ort der sich san ferreiro nennt direkt vor unserer nase ein amnation denn wir haben nichts anderes als außer als eine kamera und mit einer kamera können wir nicht viel anfangen außer diesen panner zu fotografieren eine zigarette in der fresse hab dich erwischt das zeige ich dein vater zeige ich dein vater digga dass du raus rein oder das ist ja auch hier da denkt ja der kommt überall mit das kannst du uns auch eigentlich gehen eine reist eigentlich die rest sammeln wir von diesem bannern ein schutzwester haben wir gesagt genau take it hold it i love it kleine warte wir probieren es nochmal you can legally own a gun see you again soon see you again soon meine beste schrott gemacht alter ja freunde die letzten tage war ich auch krank gewesen deswegen kam die letzten tage keinen folgen raus außer nur zwei glaube ich oder so land lands irgendwas irgendwie nicht funktioniert keine ahnung eigentlich hätte jetzt was kommen müssen okay irgendwie müssen wir einfach jetzt da hinten hin auf jeden fall ich war die letzten tage krank deswegen kamen keine folgen aber mir geht es jetzt schon ein bisschen besser ich war nur erkältet zwar ganz eklig war auch ganz halt nur im welt aber jetzt starten wir richtig durch damit jeden tag eine folge rauskommt und wie gesagt entweder 13 uhr oder unterschiedliche zeiten aber ich lasse ich das ganze wissen wir müssen ja hoch hat nicht mal einen schaden bekommen dafür ist er ein guter und dann hat uns sein motorrad gegeben jetzt können wir besser hier hoch ist ein autor oder steht einfach als scheißegal bisschen action mal action oder zum ersten mal in meinem leben sehe ich in gts and rest diese berge so mit guter qualität digga das ist das erste mal wurde weil wir wissen auch wie verpixelt das war einfach so ein pixel ist so einfach ein fleck in der map jetzt bruder es ist ein richtig schöner berg geworden oder so hier sind wir ist das eine hütte nur neben dort die kops oder check point speicherung denn dann sein körper muss noch halbwegs alt sein ja das ist ja das was ich meinte wir haben einfach irgendwie hat sich das einfach automatisch überschwung ich habe nichts gedrückt auf jeden fall sollen wir ein Foto von denjenigen machen der da drin ist entweder ganz oder halbwegs noch am leben wir schauen mal was wir machen können äh so wer ist damit warte gucken einfach mal oder die sehen mich nicht mal ja ja einfach ich weiß nicht ob wir ihn jetzt komplett tötten wollen ich habe es nicht verstanden oder wo ist denn der wo ist denn der wo ist denn der wachsch hier guck mal der feld ist weg 31er bruder lässt einfach an den stich aber sollen wir das Auto jetzt anschießen oder was sollen wir machen bruder ich check es nicht ich mach einfach weg meinen Arsch hä hä du willst una cosa anja wat destroy Twitter is pic polic en Guck mal, der Kameramann ist schneller als er, guck mal. Bruder, was machst du? Komm, lass mal ein Foto von dir machen. Werner, komm, komm her, lauf, lauf. Lauf, du Zigeuner, lauf. Soll ich das Foto machen? Na, mein schönes Foto. Gute Nacht. Oh, Bruder, wenn er das jetzt schafft. Oh mein Gott. Alter, der King. Das ist draufgegangen, Alter. Bing bang. Bruder, pass auf. Die letzte Folge war echt mies, Alter. Da war viel Pech. Wir haben nur zwei Missionen geschafft. Aber wir haben jetzt schon die erste durch. Und ich hoffe, es geht weiter so geil vor. Let's go. Also voran. Yeah. Yeah. Ben. Benny. Ist ein. Ben. Ben. No. Ich dachte, jetzt kommt da noch irgendwie eine Seel-Szene. Aber no. Okay, Bruder, was sollen wir jetzt machen? Was wird das jetzt hier? Nein. 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 Und hier rein? Ja, siehst du? Ich hab doch gesagt, Alter. Ich hab recht jemanden an. Und hier ins Knaar. Ich hab doch gesagt, ich bin Professor. Ich hab doch nicht mal, Gäste? Ich hab doch gesagt. Ich hab doch gesagt, was ich durchgegeben. Ja. Ich hab doch gesagt, Alter. Ich weiß nicht. Bistone oder was auch. Ich weiß nicht, was ich richtig weiß. Ich hab ein paar Familie. Ich weiß nicht, aber du nicht im Vergebruch. Ja. Er wird weg mit Bruder, aber du geh Hass. Entschuldigung und verignete Kinder. Danke, Bruder. Okay. Alles klar. Okay, dann schick mal deine Jungs. Als Versteckung. Okay, da ist jetzt ein Fragezeichen aufgetaucht. Ich hoffe nicht. Oh mein Gott, guck mal. Am Arsch der Welt. Genau hier. Danke, Bruder. Okay, dann sehen wir uns gleich. Leute, wir fahren schon mal dahin. Ich hab darauf gar keinen Bock, eigentlich. Die Strecke ist zu lang. Wie fahren die mit dem Fahrrad? Ein Auto schneller? Vielleicht? Nee, gib mal hier meinen. Oh, Bruder, jetzt ruft schon wieder jemand an. Was wollt ihr? Sweet, Bruder, was willst du? Okay. Okay. Okay, Leute, ihr habt euch bestimmt gefragt, warum hab ich mich jetzt vor ein Polizeifahrzeug gestellt. Ich zeig euch, warum. Machen den hier? Und wir fotografieren ihn. Nee, Spaß, Mann. Wir picken seinen Arsch. Komm, verpiss dich. Ich brauch das Auto, damit wir schneller da sind. Schau, hau rein. Haut rein. Opfer. Hier, Leute, wir sehen uns gleich. Jetzt sind wir schneller. Einen Platz. Ey, du kann auch keine Ahnung. Bodenwagen einfach. Ey, nein, 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 nein. Ehrenmann. Ey, klein Penner, Digga. Seid ihr bescheuert? Neuer Platz. Ja, guck. Bah, Bruder, Alter. Weg mit dem. Okay, wir müssen hier weiter. Und da sind wir auch. Was ist das, Bruder? Willkommen, Pump. Filler Up in Style. Was soll das sein, Bruder? Ey, schau. Ciao. Ha. Das liebe ich an, geht alles anders. Bruder, was passiert? First Date. Bruder, was passiert? Ja, ein Mexikaner? Du bist ein echter Mann. Ich weiß nicht, ich will. Bruder, die sticht einfach alle ab. Ey, das war doch der. Wisst ihr noch? Und wohin? Ich bin nicht Dings, die ich erwischt habe beim Rauchen. Ey, Bruder. Ey, kleinen Wichser, ihr scheiß Bullen, Alter. Die sind ja immer noch da. Ey, ist das Catalina, Digga? Wer ist das? Das ist Catalina. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch. Ja, ja. Catalina. Komm. Wir fahren mit dem Polizialfahrzeug einfach weiter weg. Komm, Catalina. Steh auf! Steh eigentlich auf, Alter. Hab ich den Bescheid. Okay. Good plan, I guess. Okay. Aber außen nicht, Bruder. Einfach die ich jetzt sah. Okay. Ist ja richtig durchgedreht. Ich erinnere mich noch. Die war richtig dominant, Alter. Die kleine Bitch. Okay, hier zuerst. Was ist das? Ah, die macht einen Raubi-Auffall. Tanker, Commander. Juck ihn gar nicht, der. Was ist das, Junge? Just give her the cash. Soll dich selbst, Marikon. Change our plan, Carl. We're back in the tanker. Hey, what you doing? Hä? Oder die ist ja richtig durch, Alter. Warum soll ich fahren? Fahr doch selber. Oder die stillt die Dings. Ich muss fahren. Achso. Von die Zugmaschine. Geht schwer mit den Bullen, Alter. Ey, kleine Arschlöcher, Alter. Macht mal hier die Fliege, Alter. Was wollt ihr von mir? Komm her, Derek. Wir werden diese Schweine auf. Muss ich? Idiot. Oder was macht der? Lass doch diesen Dings. Achso. Ich kann schon fahren. Ey, machen wir Platz. Ey, Bullen hinter mir. Dieser Schwanz hinter mir. Alle hinter mir. Bruder, ich kann ja nicht. Scheiße, ich bin falsch reingefahren. Warte, wir machen ja die Drehung. Guck mal, der Profi. Alter, nein. Nein, nein. Ja, das ist leicht wie eine Feder. Wie so eine Feder, Bruder. Es zieht einfach von da nach da. Einfach wie eine Feder. Fängt ja geil an, Digga. Katalera, Katalina. Schwanz, Nina. Nochmal von vorne. Hier. Okay, wir machen jetzt hier alles richtig. Ganz ruhig und gelassen. Ich will das nicht machen. Oder die Cops auch ganz halt hinter mir. Das macht das Ganze noch schwieriger. Ey, mach mal hier Platz, Alter. Ich hab' einen Lkw, Bruder. Ich hab' einen Lkw, Bruder. Ein Anhänger hinter mir. Was willst du von mir? Wir müssen ganz sachte fahren, Bruder. Sonst fliegt uns dieses Teil hier weg. Bruder, wer redet da? Ach so, die sind hinter uns. Ich dachte, die ganze Zeit die Cops sind hinter uns. Oh, Alter. Ja. Nein! Das war knapp. Komm' ganz sachte hier rein. Stabil. Lkw-Fahrer, Bruder. Hab's sofort. Ja, Bruder. Ja, die haben sogar überlebt, Digga. Hallo, Mr. Whittaker. Herr Wittaker? Wie heißt er, Whittaker? Erik und Tanker. Voll zu der Brim mit Premium Gas. Okay. 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 Mach' mal. Mach' ich, Bruder. Danke. Bleib's Kopf. Goodbye. Bitch, Alter. Hinterher schießen, Alter. Und jetzt, die Mio-Sieg. Denn, Alter, 5000. Stabil, Bruder. Die geben gutes Geld. Wetterleger. Wetterleger. Bruder, was will'n der? Komm' hierher zurück um Tracker-Mission an. Okay. Ja, ich will aber keine Tracker-Mission an, sondern ich will weiter herschwimmen. Bruder, der ist ja richtig lustig. Ja. Karl. Wer ist das? Wer ist das? Willst du mich? Das ist die Wahrheit. Nein, ich bin nicht. Perfektion. Was geht hier ab? Um den Kopf. Du bist die Polizei? Nein. Wir haben einen mutuellen Freund und Geschäftspartner. Wer? Wer? Ja. Hab' ihr noch keine Körner töten? Oh Mann. Tenpenny. Ich sollte es wissen. Das Arschloch. Also, ich habe einen Raum in einem Motel in AngelPine. Mache sicher, dass niemand dich folgt. Okay. Ja, guck mal. Das brennt immer noch hier. Guck mal. Wohin starten die, Bruder? Wohin startet der? Ja. Mach mal hier. Gib mal deinen Hack. Hä? Schöner Panner, Alter. Haben wir es geschafft, Bruder. Schneller als die Polizei erlaubt. Hier, guck mal. Schneller als ein Fahrzeug. Ja. Einfach schon da. So, let's go, Bruder. Nächste Mission. Okay. Body Harvest. Harvest? Keine Ahnung. Guck mal, Bruder. Er zieht an der Bong. Dieser Tenpenner, Alter. Hallo? Hallo? Was jemand da? Ja. Ja. Ich glaube, es ist da. Check this shit out. What do we have? Tenpenner, Alter. Yo, Karl. What up, kid? Hey, was ist passiert? Oh, is this undercover training? Oh, no. You must be off-due. Yeah, yeah. Whatever. Hush up, man. Tenpenner, Alter. Mr. Truth here is going to be supplying you with some of the finest. Hm. Grass. Oh, Bruder. Er ist richtig drauf, Digger. Kommt gar nicht klar. Bruder, er halluzioniert einfach diesen Freund. Achso, doch nicht. Ach, Hippie, Bruder. Ich wollte einen Täter. Und ich wollte dir, dass du diesen schweigen, grünen Poison und sie es rauskriegst. Der ist, äh, der ist am Arsch, Alter. Der ist Bulle, Alter. Wie geht's sowas? Ja, ist deine Karriere kosten. Okay. Dude, willst du Muschrips? Okay. Oder ein paar Trips. Nee, Bruder, danke. Den kannst du ganz seit dir, den vollstopfen. Oh, shit. Bruder, er ist richtig drauf, Alter. Er kommt gar nicht gut. Digga, ich, wer ist Karl, Bruder? Ich hab den so einen gezogen. Ja, bezahlt ihn sehr, weil du Körner. FBI? DEA? Nein, ich bin mehr als ein Problem, die zu investigieren. Freund, du gibst eine positive Energie. Okay. Und wie geht's mit ein paar Vietnames Opium? Nein, wir gehen mit ihm. Viel, Alter. Aber wie weiß ich, dass ich dich dann vertraue? Was? Ich arbeite für dich jetzt? Ich bin ein Mann von Frieden. Aber einige Stadler über dieser Runde sind nicht mein Frieden. Ja, Bruder, das ist einfach scheiß Hippie, Digga. Was labert der? Der ist selber voll drauf. Mal wie der aussieht, Alter. Neidreicher. Oh, Bruder, ist das diese Mission mit den Dings, Digga? Was ist das denn? Wie sehen wir uns? Richtiger Freak, Bruder. Was ist das denn, ich erinnere mich nicht mehr dran, Bruder? Aber ich erinnere mich dran, das Dings hier, Alter. Tenpenny, richtiger... Richtiger Drungen, die da ist, Alter. Okay, wir fahren mal da hinten und schauen. Auf unserem Bike. Seien da. Bruder, okay. Mehr Drescher. Wenn ihr euch auf dem Feld unterwegs seid, Farmen. Ein paar Gruppen, aber wirklich nachher sind, die nicht so allgemein in der Region arbeiten hier. Ja, genau, ich erinnere mich noch. Diesen Bunsenbrenner oder diese Flammenwerfer, Digga. Mussten wir diese Dinger da wegmachen. Oder was hört was? Katastrophe. Katastrophe. Let's go. Was ist das hier? Hey, was soll das, du Schwanz? Was ist das denn? Wissen, Digga? Ja, Moin. Er hat alles dazu. Okay. Oh. Big shit. Schnauze, Junge. Irgendwann scheiß, die Polizei auch. Kommt gar nicht hinterher. Mal dir an, oder? Sollen wir das jetzt klauen, Digga? Warum denn? Oder umso wie wir das klauen? Komm, steh auf. Hey. Oder, hä? Er hat nicht mal geschossen, Digga. Was wollt ihr von mir? Ab, Bruder, wieder dahin fahren, oder was? Ist doch, nee. Ich würd grad sagen, Digga. Mach mal Dinger. Dann. Dann. Komm, mach mal jetzt. Acker, Bruder. Hey. Seid ihr behindert, Digga? Ach, ich hab keine kleinen Eier. Mach Platz. Warte. Hey, Bruder. Ich fahr dir wieder richtig fett Leben, Digga, durch diese Lüxer. Ja, geil, Bruder. Motorrad brennt. Brennt, CJ. Ich bin tot, Digga. Ich bin einfach gestorben. Ey, leck meine Eier an. Die sterben, Digga. Guck mal. Das muss hoch, runter. Hoch, runter. Guck mal, Digga. Ich will einmal einen Menschen sehen, Digga. Der überfahren wird. Und dann Dirk wieder aufsteht, Digga. Das will ich einmal sehen in meinem Leben. Das ist nur ein GTA möglich, Bruder. San Andreas ist das möglich, Digga. Dass du einen überfährst und dann wieder aufsteht. Ja, Bruder. Steh mal von deinem scheiß Truck hier auf. Aber jetzt kommen die Schwänze, Bruder. Ach, voll. Ja, Bruder. Er überfährt einfach seinen eigenen Dings. Ich steh doch auf von diesem Dreckding, Alter. Ja, Bruder. Es brennt. Es brennt wieder. Ja, geil. Ah, Bruder. Schön Schaden. Krieg. Ein Schuss jetzt und ich bin weg. Ist ja wieder geil. Ja, komm. Mach mal die Fliege. Ein Schuss, Digga. Ein Sniper-Schuss, Bruder. Okay, jetzt muss schnell gehen, Bruder. Komm. Deine Fresse. Ich steig mal aus jetzt. Anstatt diese scheiß Dinger hier an der ganzen Zeit. Ciao, Bruder. Hä? Easy, Bruder. Warum mache ich das nicht als erst genug? Ja, guck. Easy, Bruder. Da fahren einfach alle. Ja, noch mal Platz. Ha! Geil, Digga. Sogar diese großen Dinger nimm da mit. Ja, guck mal. Bam, Bruder. Die sind weg, Bruder. Die verschwinden einfach. Alter. Alter, wie krass. Ja, guck mal. Dann kommt da so ein Kackhaufen von draußen. Bluthaufen daraus. Ja, guck mal. Ja, moin. Ha, geil. Bruder, ist schon brutal, ja. Lass ihn runter. Das ist alles, was du für dich hast. Mann, du hast ein Stück zurück in meine Valle. Danke, Freundin. Ich kenne dich, wenn das Hup-di-Doo bereit ist. Mach nur sicher, dass du das Geld bekommst. Alles klar, Digga, mit dein Crash. Da ist immer drauf, Bruder, habe ich das Gefühl. Oh, Bruder, direkt Telefon. Hey, Carlos, Cesar. Was ist das, was du denkst? Das ist, was geht's, Holmes? Was ist das, Bro? Wo ist Kendall? Ist sie okay? Sie ist mit mir. Sie ist okay für jetzt. Die Varios los Aztecas ist alles vorbei. Okay. Vielleicht auch Kendall. Was ist das? Was ist passiert? Okay. Oh, ich komme in. Okay. Okay. Ich will meine rummage. Als Herz hängt. Als Herz. Ich will Sie in Angel Pine. Angel Pine. Was ist das? Ich habe mir jetzt ein bisschen Geld erhofft, aber keiner hat nichts gegeben, der mich einfach nur für Respekt macht. Okay, Freunde. So, das haben wir erledigt. Wir machen jetzt noch die letzte Mission für diese Folge. Okay, let's go. Wir schauen, was hier abgeht. King in Exile. Okay, seine Schöße leckt da als wir mit den Mexikanern. Ich habe getäumt, um mit meiner Frau zu sorgen. Okay. Oh, nee, das war okay. Ach so, scheiße. Er hat sich auch recht, Bruder. Relax, man. Schönen sind wir. Ja. Halt Smoke, Digga. Dieser Schwein. Denn Benny... Nein, Smoke. Er lässt sich vielleicht mit dem Crashball in einen. Bruder. CJ hat so ein gutes Herz, Alter. Der... ist leider... ist leider verblendet, Bruder. Das sind alles Wichser. Headsmoker, oder? Ja. Ja. Wieder vorbei. Okay. Dann schauen wir, was jetzt... ...in CJ machen will. Nächster Anruf. Wo warst du denn, Arschholtz? Wo hast du dich anrufen? Wo hast du dich anrufen? Wo hast du dich anrufen? Guck mal, guck mal, guck mal, wie weit. Guck. Guck, Leute. Das allein nimmt schon wieder Zeit. Hier, guck. Hä? Das markiert nicht mal. Guck mal, wie weit das ist. Guck mal, ah ja. Bis gleich. Da sieht man es jetzt. Ja, hier, guck. Irgendwie weit. Ich meine, Alter. Guck mal, diese Aussicht, wie geil. Huuu. Ey, Novi. Alter. Scheiße. Zumindest kann er schwimmen, Bruder. Scheiße, Motorrad hin, Alter. Ein geiles Fahrzeug, Alter. Guck mal. Sexy, Bruder. Ja, das muss ich nehmen, das Auto. Ey, das müssen wir behalten. Das packe ich später mal in der Garage. Geil, Alter. Sexy Auto. Ey, Bruder. Geh doch da jetzt hin. First Base. Ach so, das ist Catalina. Ich dachte, er würde doch was anderes machen. Ist ganz so aus, Alter. Ich habe eine harte Zeit, und dann vielleicht war ich ein bisschen hart. Komm, Baby. Mach die Scheiß-Tier auf. Die ist doch gar nicht da, Bruder, ne? Scheiß drauf, Bruder. Geh einfach. Geh einfach nach Hause, Bruder. Was siehst du von dir halten? Diese Schachtel, Alter. Was ist die da aufgehangen? Voller Freak, Bruder. Der würde dich gar nicht mal klingeln, Alter. Ich würde einfach weiterfahren. Bruder, voll verzweifelt. Der ist kein Carl Johnson. Oder geh einfach ab. Scheiße, Mann. Jetzt, wo ist die schade B***h? Alter. Wer ist die B***h jetzt, ey? Was ist denn der K***h? Oh, ich bin richtig entspannt, Baby. Was war das? Du bist so richtig? Bitte vergeben mich, Baby. Was erzählen die von mir, Alter? Bitte vergeben mich, bitte. Ich bin richtig entspannt. Ich bin richtig entspannt, gleich. Bruder. Tja, die Wangen mit dir aushauen. Alter, Bruder. Guck mal, wie sie den in den Eiern hat, Bruder. Sie hat CJ in den Eiern. Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Okay. Cool. Bruder, als auf den Knien, Digga. Kleine K***h. Gib ihr einen Schlag, Bruder. Diese K***h. B***h, Alter. Scheiß Kataraia. Ja, komm. Lass mal mit den... Hä? Wieder eins gespawnt. Steig mal ein, du B***h. Wohin müssen wir? Wohin? Oder warum hat sie so eine geile Karre? Ich fahr, du B***h. Sag mir nicht, was ich machen soll, Bruder. Die drängt einen richtig. Was will denn die? Ja. Boah, Bruder. Das Auto ist voll schnell, Alter. Ha. Voll Bönsum, Bruder. Bisschen an dem Webfro. Okay. Alter, die hat sogar Bomben und so. Aber was ist das für ein V? Die kommt gar nicht fit, Alter. Die kommt gar nicht fit. Ja, nicht an dem Leben. Du bist du. Ich warn' dich, du stupide B***h. Ah, du stupide B***h. Alter. Drücke, um die Rückzange zu werfen. Je länger du gedrückt hältst, desto weiter der Wurf. Okay? Wann soll ich denn werfen? Ach so, die Tür. Ich hab's überlesen. Aber die ganze Zeit sowieso. Ganzheit labert der. Einen Scheiße. Ist das auch aufspringen, oder? Oh, schief. Ja, Bruder. Ja. Ja. Wo ist der Zünder, Anna? Ja, Bruder ist auch schon aufgesprungen. Okay, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Kleine Bitch, Digga. Ich dank dir richtig. Okay. Mach' was ihr das? Auch dein Fahrrad. Sag' mir nicht, was ich zu tun hab. Ja, Bitch. Mal gucken. Hey, guck mal, wie die rausguckt, die alte, Alter. Was geht bei der ab? Ja, die steht richtig auf sowas. Oh mein Gott. Nein. Das war's. Katalea. Katalea stirbt jetzt. Oh nein. Ach, boah. Ach so, doch. Die überlebt. Die stirbt. Schnell kommen. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, ohne dass wir von vorne alles anfangen müssen. Oh nein. Die Cops, Bruder. Tauch' mal runter. Katalea. Naja, wir sterben, Alter. Sowas von. Die bringen uns um, Alter. Jetzt oder wenn wir das überleben, Alter, ne. King. Bruder. Er schwimmt wie so eine Ente, Digga. Ja, Bruder. Guck mal, wie die schießen. Ja, Bruder, normal. Keine Chance, Digga. Amarna ist doch dumm, Alter. Kommt mit Helikopter, die haben uns Arsch gefickt. Jeder von vorne. Geil. Platz. So, Freunde, und hier sind wir auch. Zum Umlackieren. Die Schnauze. 100 Euro, Bruder. Schuld ist mir 100 Euro jetzt. Bitch, und meine Zeit ist auch weg. Du bist richtig durchgeknallt, Alter. Du hast richtige Scheiße im Kopf. Mhm. Ja. Denk einen richtig. Deine Schnauze, Alter. Ja, du Bitch. Du empfiffst mich, Carl Johnson. Hier soll man sein, Mann. Ja, ich hoffe, ein gutes Anteil, Bruder, sonst fick ich deinen Arsch. 2000, du Bitch, Alter, was sind 2000? Ja, ja. Okay, meine lieben Freunde. Und damit haben wir auch jetzt die Folge 9 durch. Es war sehr angenehm, bis Catalea aufgetaucht ist und uns Hops genommen hat. Wir gehen nochmal ans Telefon, Gott. Hey, Holmes. Ich bin busy mit dem Schnauze. Was ist denn? Ich kann nachzuzahlen von einem Monat aus. Räsen, mein Freund. Fahrzeuge, nicht schön, Fahrzeuge, aber schnell, Mann, schnell. Was are you talking about? Street Racers from San Fierro. They meet on you to turn the blacktop. No chota, no chota choppers. You want to make some money? Does the Pope shit in the woods? Why are you keep asking me, Alter? You know what I told you, I don't know. What a holiness does his business, is his business. Get a fast car and meet me in Canelo just south of Montgomery. See you, man. Bis später. Ja, Freunde. Also, wie gesagt, es war sehr angenehm, die Folge, bis dieser Alter hier aufgetauft ist und einen durchgedrängt hat. Auf jeden Fall machen wir an diesem Punkt hier mit dieser Mission mit Katalea beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Schreibt in die Kommentare, was wir noch besser machen könnten, was ich übersehen habe, etc. Und freut dich auf die zehnte Folge, die jetzt kommt. Das wird 100% ein 1-Stunden-Special sein. Und dann, wie gewohnt, wieder eine halbe Stunde, 40 Minuten, so ungefähr. Ansonsten, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Peace. 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 Peace.